Francesco Eckert ist Physiotherapeut im Sahner Herzzentrum. Ihn sehen die Patienten hier oft am Ende der Behandlung. Seine Arbeit fängt dann richtig an, wenn die Ärzte im OP-Saal fertig sind. Es ist vielleicht nicht der erste Beruf, an den man beim Herzzentrum denkt. Es ist aber ein wichtiger Baustein. Diese 25 Watt von der Stärke her, was würdest du dazu sagen? Naja, geht noch. Es geht noch nicht. Aber man muss sich jetzt vorstellen, nach so einer Herz-OP für einen 70-80-jährigen Patienten, für den ist natürlich Hammer. Man muss quasi, ich nenne mal wieder einen bildlichen Vergleich, das Herz ist wie der Motor des Körpers, wie bei einem Auto. Wenn da unten eine Störung ist, kann das Auto keinen Stoff geben, der Körper natürlich genauso wenig. Deswegen ist es unsere Aufgabe, den Herz-Kreislauf wieder so zu trainieren, dass der Patient wieder auf den Alltag vorbereitet wird. Was für Übungen dazugehören, wissen nun auch 15 Jugendliche, die gestern im Sahner Herzzentrum zu Gast waren. Zum sechsten Mal hat die Spezialklinik beim Zukunftstag mitgemacht. Alle 15 Schüler wollen selbst einmal in die Medizin. Einen Tag lang konnten sie in die verschiedenen Fachbereiche reinschnuppern. Deswegen ist auch Lukas hier. Seine Mutter ist Krankenschwester. Dass er Arzt werden will, steht quasi schon fest. Nur in welche Richtung ist noch offen. Der OP-Saal macht ihnen zumindest schon mal keine Angst. Naja, ich bin auch jemand so, der kann sich sowas angucken. Er findet, ich finde sowas nicht eklig. OP ist ja sehr interessant. Es ist aber auch an sich interessant. Man lernt, wie wichtig Hygiene zum Beispiel ist. Und dass auch Füßetherapie für die Patienten sehr wichtig war. Vor allem kommt es aber auf Teamwork an. Im OP zum Beispiel hat jeder seine feste Aufgabe und Arbeitsbereich. Hinter dem Tuch beginnt der sterile Bereich. Der Bereich des Chirurgen. Es ist also bei Höchststrafe quasi verboten, für irgendjemand über dieses Tuch drüber zu greifen. In beiden Richtungen. Weil, wenn der Narkosearzt drüber greift, mit seiner unsterilen Hand, dann macht er das sterile OP-Feld unsteril. Infektionsgefahr. Wenn der Chirurg über das Tuch drüber greift, in die sterile, in die unsterile Anästhesie-Zone, dann macht er seine Hände, seine Kittel unsteril, kommen Keime ran und er trägt das ins Operationsfeld. Ja. Also das ist eine richtig harte Grenze im OP. Hygiene und Sterilität haben in einem Krankenhaus natürlich auch außerhalb des OPs oberste Priorität. Was für Keime um jede Ecke lauern, zeigte Schwester Peggy Scharnowski-Perker. Sie gab den Jugendlichen einen Crashkurs im Händedesinfizieren. Das A und O bei der Arbeit hier. Man muss aufmerksam sein, dass man alles gut einarbeitet und dass es dann überall was ist. Dass man die Handgelenke mit einarbeitet und halt überall, dass überall wo was rankommt. Die Schüler wissen jetzt aber nicht nur, wie man Hände desinfiziert oder der OP funktioniert. Vom Kardiologen haben sie sich eine Herz-Lungen-Maschine erklären lassen. Es ging aber auch auf die Stationen, um in den direkten Kontakt mit den Patienten zu kommen. Alle waren besonders aufmerksam. Das ist auch wichtig, wenn man hier später mal anfangen will. Also wir schauen natürlich, was sind für schulische Leistungen erbracht worden. Wir gucken, was haben die Bewerber nebenbei noch getan, haben sich sozial engagiert und treiben sie Sport. Und dann ist es aber insbesondere wichtig, dass man beim Gegenüber so einen Eindruck bekommt, okay, will der tatsächlich, ist das eine engagierte Bewerberin. Also es zählen die Noten, aber Noten sind nicht alles. Es zählt insbesondere auch der Einsatz. Und man muss auch für den Pflegeberuf, aber auch für den ärztlichen Beruf, muss man einfach auch brennen, sonst wird es nicht funktionieren. Erst im letzten Jahr hat ein ehemaliger Teilnehmer am Zukunftstag seine Ausbildung im Sahner Herzzentrum begonnen. Natürlich auch ein Vorbild für Lukas und Co. Für den Schüler hat sich sein Berufswunsch schon mal bestätigt. Wo es genau hingehen soll, kann er sich aber in Ruhe überlegen. Dafür hat der Achtklässler noch ein paar Jährchen Zeit. Wunderbar!